Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Vortragsvideo zum Thema Tod und höhere Bestimmungen im Leben und Sinn des Lebens. Mein Name ist Sukadev, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya und ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen aus der Mahabharata. Es war einmal ein Yaksha und dieser Yaksha war eine Art Geist, der bestimmte Kräfte hatte und er bewachte einen bestimmten Weg. Yudhishthira, der Älteste der Pandavas, ein König im Exil, ging des Weges entlang und er wollte weitergehen. Und der Yaksha sagte zu Yudhishthira, du kannst ja nicht weiter, ohne mir ein Rätsel zu beantworten. Yudhishthira sagte, okay, ich werde schauen, ob ich es beantworten kann. Der Yaksha sagte, was ist das? Es ist so. Auf der einen Ebene kommt man ohne etwas und man geht ohne etwas. Auf der zweiten Ebene kommt man mit etwas, es ändert sich etwas und man geht mit etwas anderem. Auf der dritten Ebene kommt man mit etwas, es ändert sich nicht und man geht mit dem Gleichen. Was ist das? Yudhishthira, der ein Weiser war, überlegte, er meditierte. Schließlich fand er die Antwort und er sagte, das ist der Mensch. Auf der einen Ebene kommt der Mensch ohne etwas, er macht eine ganze Menge und am Ende geht er ohne etwas. Der Mensch kommt nackt auf die Welt. Er hat keine Kleidung, er hat kein Reichtum, nichts nimmt mit auf die Welt. Dann kümmert er sich eine ganze Menge um Äußerlichkeiten, die er alle wieder verliert. Im Moment des Todes nimmt er nichts mit sich. Kein Gold, kein Kleidungsstück, kein Baum, kein Haus, nichts. Er geht ohne etwas. Auf der zweiten Ebene kommt der Mensch mit etwas, es ändert sich durch das Leben und er geht mit etwas anderem. Hoffentlich etwas reicher. Der Mensch kommt mit einem Charakter. Er kommt von früheren Leben mit Prana. Er kommt mit Talenten und Fähigkeiten. Und er kommt mit Karma, mit bestimmten Aufgaben, die er hat und mit bestimmten Dingen, die auf ihn zukommen werden. So kommt der Mensch mit etwas. Ein Kind, das geboren wird, ist keine Tabula Rasa. Ein Kind, das geboren wird, ist schon ein vollentwickelter Mensch, dessen Anlagen und Fähigkeiten sich im Lauf des Lebens entfalten. Im Lauf des Lebens entwickelt sich das, mit dem man gekommen ist. Man kann seinen Charakter schulen, man kann seine Talente entwickeln, man kann neue Fähigkeiten entwickeln. Man kann mehr Prana, mehr Lebensenergie ansammeln. Wir können gute Werke tun und so gutes Karma schaffen. Wir können uns spirituell entwickeln. Und all das nehmen wir mit, wenn wir physisch sterben. Stirbt der Mensch, physischer Körper stirbt, Äußeres kommt nichts mit. Aber das, was getan worden ist, um unseren Charakter zu entwickeln, das, was wir gelernt haben, das, was wir getan haben für andere, das nehmen wir mit ins Leben, nach dem Leben und in die nächste Inkarnation. Auf der höchsten Ebene kommen wir mit etwas, es ändert sich nichts und wir gehen mit dem Gleichen. Das ist Atman, das höchste Selbst, unsere wahre Seele, unser wahres Bewusstsein. Auf dieser Ebene kommen wir damit. Wir sind vollkommen, wenn wir auf die Welt kommen. Wir sind Satchitananda, wenn wir auf die Welt kommen. Sein, Wissen, Glückseligkeit. Der göttliche Kern in allen Wesen ist ewig gleich. Egal, was wir tun, es ändert sich nichts. Wir können so gut sein und so schlecht sein, wie wir wollen. Auf der höchsten Ebene ändert sich nichts. Wir können uns aber dieser höchsten Ebene bewusst sein. Und je mehr wir uns ihrer bewusst sind, umso mehr ruhen wir im Unendlichen. Schöpfen letztlich Kraft aus dem Unendlichen. Aber es ändert sich dabei nichts. Schließlich gehen wir von dieser Welt wieder weg. Wir bleiben, der wir immer waren und werden immer das Gleiche sein. So erzählte es Yudhishthira diesem Yaksha. Der Yaksha war zufrieden und ließ Yudhishthira weitergehen. Denke öfters nach über diese Geschichte. Das ist die Geschichte unseres Lebens. Sie rückt in die richtige Perspektive. Sie rückt das Leben in die richtige Perspektive. Das, was auf der physischen Ebene passiert, ist nicht so wichtig vom physischen Standpunkt aus gesehen. Alles, was du auf dieser physischen Welt schaffst, wird irgendwann mal vorbei sein. Du wirst es spätestens im Moment des Todes verlassen. Und vieles, was du aufgebaut hast, wirst du auch schon vorher verlieren. Und auch nach deinem Tod wird fast alles, was Menschen schaffen, innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten wieder obsolet. Vom Standpunkt der Ewigkeit hat nichts Bestand, was Menschen schaffen. Was wichtiger ist, ist, was du an Erfahrungen machst, was du lernst, wie du wächst. Das nimmst du auch ins nächste Leben mit. Das nimmst du in die Zeit nach dem physischen Tod mit. Das ist besonders wichtig. Daher hat auch das physische Leben einen Sinn. Die Erfahrungen, die du machst, die sind wichtig. Die Anstrengungen, die du unternimmst, um etwas Bestimmtes zu erreichen, die ist wichtig. Es ist nicht wichtig, was du machst, sondern was du daraus lernst, was du tust, die Intention, die du dabei hast und wie du dich entwickelst und wie du auch anderen Menschen hilfst, dass sie sich entwickeln. Dass sie Zugang finden zu etwas Höherem, zu etwas Tieferem oder einfach zu Liebe, Mitgefühl und tiefer Freude. Die höchste Ebene ist die allerwichtigste und die lässt dich, das Leben auf den anderen Ebenen, mit etwas mehr Gleichmut, Humor, Freude und Liebe lieben. Und du kannst auch selbst entspannt sein, denn du weißt, egal was du tust oder nicht tust, du bleibst immer das Ewige, das Unendliche, das Absolute, das Höchste Selbst. Lebe aus dieser Bewusstheit heraus, entwickle dich im Bewusstsein, Entwicklung ist relativ. Lebe dein Leben so gut du kannst im Bewusstsein, was auch immer du tust, äußerlich wird irgendwann vergehen. Innerlich wirst du daran wachsen, an dem Höchsten bleibst du, Satchitananda, Seinwissen, Glückseligkeit, ewig rein und unendlich. Das war der heutige Vortrag zum Thema Tod und Leben nach dem Tod und Sinn des Lebens. Weitere Vorträge und mehr Informationen zum Yoga, zur Tod und Reinkarnation auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de